So, jetzt grüßen Sie mal an, jetzt kommen wir zurück zu Trials Fusion mit White Art. Was natürlich schwer ist wieder. Zaubere Eislawine, Stufe 99. Ja, okay, gut. Oh, shit. Äh, äh, was? Oh. Hä? Okay, Gott, dann machen wir nochmal. Das ist ja blöd. Äh, äh, äh. Sag mal, kann man das, ist das überhaupt dafür gedacht, dass man das... Okay. Wow. Äh. Äh. Okay. Äh. Oh, sehr gut, Ben. Der Kämpfer. Ja, der Kämpfer. Wow. Nein, nein. Nein. Okay, was zum Teufel? Oh nein! Verdammt! Okay, ich meine, es ist offensichtlich. Dass ich eh Silber nicht schaffe, also können wir eh hier... Okay. Okay. Kann er dann nicht über das Ganze gehen und sagen, oh, ich springe einfach mal kurz gleich zu zweit? Nein. Ah, komm schon. Nein! Verdammt. Oh mein Gott! Oh, ja! Hey, wenn ich eins hab, wenn ich wirklich eins hab, dann ist es Kampfgeist. Also wirklich. Das kann keiner von euch, äh, widerlegen. Siehe, gif auf zwei, eineinhalb Stunden mal kurz rumprobiert. Nein. Ah, ah! Ja. Komm schon. Komm schon, tu es. Tu es, tu es! Nein. Nein! Nein! Wow! Also, der war cool. Okay, der war nicht so cool. Äh! Ja, komm. Du sollst nicht diesen Berg rammeln. Du sollst da hoch... Äh, okay. Nein. Ah! Jetzt werde ich schon wieder gleich zum Stier. Oh, ja. Oh. Gleich mal ein Salto machen, weil ich's kann. Oh, nein. Hey, ich stecke fest. Yeah, okay. Oh, nicht. Oh, nicht. Ah, okay. Hab's verstanden. Ja. Oder auch nicht. Oh, ernsthaft? Okay, jetzt schon. Ja, tu es! Nein! Hey, der tut mich voll wegpusten. Ja, ja, ja. Nein. Nein. Okay. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Ey, ich werde echt noch wahnsinnig. Ja, ich echt so blöd. Na los. Oh, Gott. Oh, nein. Ich werde eingesaugt. Oh, schade. Leider nicht wie erwartet. Leider nicht wie erwartet. Oh, wow. Nein. Hatta. Oh, komm schon! Nein! Vielleicht hätte ich es sogar geschafft. Aber dann einfach erst mal erst mal restart, ne? Oh nein. 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 Herzlich fix. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Ey. Ich liebe ja fast gar nichts mehr. Nein. Nein. Okay, und... Oh Gott, ey. Was für ein Glück. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Passiert noch was Lustiges? Vielleicht? Nein. Ich stecke halt nur da drin fest. Okay. Oh, ich sag's euch, Leute. Ist das schwierig. Also wirklich, für die, die das ohne Fehler schaffen. Das ist wirklich, also Hut ab, vollsten Respekt. Also wirklich, 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 wirklich vollsten Respekt. Weil das ist Wahnsinn. Weil das ist Wahnsinn. Und ich will jetzt, also, ich meine, natürlich, Eigenlob stinkt immer unglaublich. Und duschen habe ich auch noch nicht. Also stinkt's doppelt. Oh, was zum Teufel. Oh, warte mal. Oh, shit. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht... Shit. Hehe. Ich habe irgendeinen Dead Sailor gemacht. Oh, nein. Ja, genau. Ich möchte halt wirklich behaupten, ne? Dass ich... Ähm... Dass ich schon ein bisschen... Äh... Dass ich schon ein bisschen Spielfertigkeiten habe. Möchte ich echt jetzt mal behaupten. Also... Nein! Fahre in den Krater. Du hast die letzte Strecke freigeschaltet. Oh, shit. Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Da habe ich gar nicht mitgekriegt, was da so passiert ist. Verdammt. Naja, ist ja wurscht. Ja, also... Möchte ich... Möchte ich echt sagen. Also, ich glaube, ich kann schon ein bisschen spielen. Vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, ja? Also, ich bin natürlich noch lang kein Ultratier. Ich meine, es gibt Leute, die können das auf... Bestimmt auf null Fehler. Und... Deswegen, ähm... Ja, deswegen, also finde ich das echt... Respekt, Leute. Also, das ist Wahnsinn. Ja. Wie weit kommst du in der angegebene Zeit? Oh, shit. Ja, so... Äh... Komm mal halt schon... So würde ich schon sagen, dass wir weit kommen, oder? Ja, also, ich meine... Ich meine, das ist klar. Nein, jetzt habe ich auf Ergebnisse gedrückt. Sack, du Sack, du Sack. 80 Meter für Silber, kriegen wir das hin? Ja, gut, wir haben eine Minute Zeit. Wir müssen uns nur Zeit lassen. Wir müssen halt einfach ein bisschen auf Zeit spielen. Okay, man kann natürlich auch erst mal... So ein Wheelie machen. So. Nein. Pst, 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 man! Vorderrand hängt fest! Oh, oh. Oh, nein! Na ja, gut. Wir haben nichts. Ist wurscht. Ich denke mal, das passt schon. Also, da sind wir... 140 Meter, hm. Ja, komm. Ja, kommt. Äh... So, jetzt ist die Frage. Spielen wir jetzt... Ich weiß nicht. Okay, wir probieren es. Komm, wir probieren den. Wir schauen jetzt einfach mal. Das Geheimnis reicht tiefer. Ach, scheiße. Wobei, ich glaube, der war nur mittel, oder? War der mittel oder war der schwer? Keine Ahnung. Aha. Diesem Area sollen irgendwelche Viecher sein. Ist ja interessant. Aber bis jetzt ist es jetzt nur okay. Also, es geht noch. Okay. 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 Vielleicht müssen wir mal den Anlauf nehmen. Weiß nicht. Das war's. That's it. Sehr gut gehört hat. Wow. Nein. Yep. Ah, sehr gut. Oh je, meine. Okay. Naja, wobei. Es geht doch. Ah, es geht sogar. Das geht... Das ging jetzt sogar. Tatsächlich. Oh, was ist denn das für ein Laserstrahl? Kommt mir gerade so... Oder was ist denn das für ein Teil da, was da im Hintergrund so bläulich schimmert, in den Himmel ragt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, yeah. Don't stop the music. Oh, vata. Oh, shit. Oh, shit. Boah. Ah, nein. Okay. Ja, komm schon. Ja. Ja. Er hat's halt auch geschafft, ne? Also, ich bin stolz auf ihn. Ich bin stolz auf mein Moped. Okay. Oh, ja. Bist. Du hast die Trials-Trophäe verdient. Stell deine Fähigkeit in der ultimativen Schwierigkeit. Stufe auf die Probe. Extrem. Rabbit. Platin. 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 Oh, wirklich? Oh, wirklich? Okay. Platin. Oh, klar. Ja, klar. Äh, was? Hallo, hallo. Credits. Ich bitte euch. Credits. Jetzt mal. Oh, scheiße. Ja. Extrem. Ein Technik-Parcours. Sehr cool. Scheiße. Ja, klar. Warum nicht? Ähm. Ah, und hier ist auch noch was halt geschaltet, ne? Tja, was soll man sagen? Dann würde ich trotzdem sagen, ne? Dass wir erstmal hier weiterspielen. Und dann zum Schluss machen wir Hanschü des Meisters. Und dann gleich mich halt komplett demütigen. Und dann können wir aufhören. Genau, so machen wir's. Bilder für Suche, wenn euch hat sich gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Video bei Trials Fusion mit mir dabei seid. Mein Name ist Sven. Und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi.